Kräutertees gegen quälende Blähungen Kräutertees enthalten nicht nur Geschmacksstoffe, sondern auch medizinale Wirkstoffe, die du unter anderem auch gegen Blähungen nutzen kannst. Dein Küchenschrankern sollte eigentlich immer eine gewisse Auswahl an Kräutertees enthalten, welche du als wirksame Naturheilmittel einsetzen kannst, um beispielsweise quälende Blähungen zu lindern, die Verdauung zu regulieren oder deine Nerven zu beruhigen. Heute zeigen wir dir Kräutertees, die gegen Blähungen wirksam sind. Sind Kräutertees nur Wasser mit Geschmack? Sogenannte Kräuterhexen schwören auf Kräutertees als Medizin, wohingegen viele Kräutertees nur wegen ihres guten Geschmacks trinken. Dazwischen liegt die Wahrheit, Kräutertees können, sofern sie richtig zubereitet und angewendet werden, tatsächlich medizinale Wirkung entfalten und bei einigen Gesundheitsproblemen sehr wirksam sein. Kräutertees wirken durch das Zusammenspiel ihrer natürlichen Wirkstoffe besonders gut, wenn du die Blätter frisch verwendest. Sind die Kräuter getrocknet, solltest du darauf achten, dass der Tee nicht überlagert ist, so dass ein Großteil der ätherischen Öle zum Beispiel noch enthalten ist. Alternativ kannst du die Kräuter auch frisch verzehren, zum Beispiel als Kräutersalat oder Zutat in Smoothies. Erfahre heute, welche Kräutertees gegen quälende Blähungen wirksam sind, Kräuter gegen quälende Blähungen Melisse Melissenblätter enthalten entkrampfende ätherische Öle, die beruhigend auf dem Verdauungstrakt wirken. Melissenblätter sind oft entdehs gegen quälende Blähungen enthalten, denn sie sind mild wirksam. Insbesondere im Sommer ist die Zitronenmelisse ein erfrischendes Gewürz, mit welchem du Trinkwasser aromatisieren, Salate würzen, Smoothies bereichen und auch Obstsalate verfeinern kannst. Melisse kann auch vorbeugend verwendet werden, zum Beispiel als Zutat oder Beilage schräg Strich-Dessert zu Gerichten, die blähend wirken. So schmeckt's der Bohnenantopf gleich viel besser, wenn du weißt, dass die Melisse schon im Vorfeld Blähungen mildert. Pfefferminze in Wasser gegen quälende Blähungen Pfefferminze auch Pfefferminze hilft gegen Blähungen. Da das ätherische Öl in getrockneten Teeblätten schnell verfliegt, solltest du gegen Blähungen auf frische Minze zurückgreifen. Hast du keine frische Minze im Blumeantopf oder Garten, kannst du sie in vielen Supermärkten als Topfpflanze kaufen, aber auch in der Gemüseabteilung oder in türkischen Schrägstrich arabischen Gemüseläden als frisch abgeschnittene Zweige. Mit heißem Wasser aufgießen, mindestens 10 Minuten ziehen lassen und in kleinen Schlucken trinken. Auch die frischen Blätter der Pfefferminze sind ideal, um Gerichten einen orientalischen Geschmack zu verleihen und Blähungen schon zu unterbinden, bevor sie dich quälen. Minze passt gut zu Hackfleisch, Gemüseeintopf, in Smoothies, zu Süßspeisen oder in Sommersalaten, zum Beispiel Tabool. Fenchel gegen quälende Blähungen Fenchel Fenchel enthält ätherische Öle, die dafür sorgen, dass sich quälende Blähungen bessern. Dazu musst du die Körner, nicht die Knollen nutzen, obwohl die Knollen auch sehr lecker sind. Es ist besser, wenn du dir Fenchelsamen vor dem Tee aufbrühen zerstößt, damit die ätherischen Öle auch wirklich frei werden. Dazu kannst du den Teebeutel öffnen und die Körner herausnehmen, oder losen Fencheltee in Apotheke oder Reformhaus kaufen. Hast du keinen Mörser und auch keine Küchenmaschine, um die Fenchelsamen zu zerstoßen, tut es auch eine Glasflasche, mit der du auf einer harten Unterlage, Küchenarbeitsplatte, die Fenchelsamen zerdrückst. Damit sie dir dabei nicht durch die Küche sprengen, fülle sie vor dem Zerdrücken in einen Gefrierbeutel. Die zerdrückten Fenchelsamen mit kochendem Wasser übergießen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen. In kleinen schluckenden noch warmen Tee trinken. Kümmel gegen quälende Blähungen Kümmel Kümmel besitzt die gleichen Eigenschaften wie Fenchel, ist aber als Tee relativ unbekannt. Natürlich kannst du dir nach demselben Prinzip wie bei Fenchel einen Kümmeltee kochen, aber viel besser schmeckt es, wenn du mit Kümmel dein Essen kräftig würzt. Kümmeln passt prima zu Pellkartoffeln, allen Kohlsorten und vielen Gemüsegerichten. Zerkaue gut die Samen, damit möglichst viel vom wirksamen ätherischen Öl entweichen kann. Anis gegen quälende Blähungen Auch die kleinen Anissamen helfen mit den darin enthaltenen ätherischen Ölengut gegen Blähungen. Anis kennst du wahrscheinlich nur vom französischen Anisschnapspastis als Aperitif oder der lecker duftenden Weihnachtsbäckerei. Du kannst die Samen aber das ganze Jahr über lose oder als Tee in der Apotheke kaufen. Das ist übrigens auch günstiger, als in der Vorweihnachtszeit überteuerte Anissamen in kleinen Tütchen aus der Weihnachtsgewürzabteilung zu kaufen. Daraus prüfst du dir nach derselben Methode wie Fenchel einen Tee, aber du kannst die Samen auch pur zerkollen, sie schmecken herrlich würzig nach Urlaub in Frankreich oder weihnachtlichen Anisplätzchen. In Indien wird nach dem Essen oft eine Mischung kleiner, zuckerüberzogener Perlchen gereicht. Dabei handelt es sich um nichts anderes als Samen von Anist, Fenchel und Kümmel, die Blähungen vorbeugen sollen.